einfach mal irgendwo verschreiben keine ahnung wo das war so behindert ne so behindert ne guck doch einfach striep 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 doch mal striep jetzt gut dass der server gar nicht liegt man bewegt sich in 3 Jahre Takt ist aber normal naja so normal ist das nicht ne so vielleicht komm ich jetzt erstmal zu dir runter mhm alles klar ne ich will jetzt gleich unten Harvestan sitzen mhm so ich geh mal eben auf K wie war das denn oah Fledermaus alter verpiss dich wo sind die ganzen Leute weggelaufen ah ne ok ich lass meine Törtel mal arbeiten ich geh mir was zu essen machen ne mach das ok stell doch was bestell doch was wie jeder von uns das ist kein Geld n n boh Tide was geht bei dir denn ab n 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 let's n n n n n soll wer schon wieder in der Hölle anahne ich nicht so fliegendes Viech was hier rum mault und meint ey ey ich bin cool hey Inga da muss doch in der Hölle sein noch nicht so ist echt was und dann brauch ich jetzt auch da hinten mein Haus hin ok das mir keiner zuhört ich hab euch auch gern Maul Maul dich gleich ich hab euch gern Maul 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 Ich werd alt weh? ich werd alt du bist schon alt Pick Iron heißt es dir Pick Iron das haben wir doch schon irgendwo hin Black ja wohl Black ist kurz weeeeg oh ii ich weiß gar nicht ob du dir da immer weißt du auch das ähm hier Google Maps spielt mit dieser Häusereihe SS ja oh ich muss erst Essen holen Essen ist da TUS sie brauchen die Blöcke hier so lange um kaputt zu gehen das erste was in den Kommentaren steht das erste was in den Kommentaren steht nur die ist richtig ist Hashtag richtig professionell und dir selber ich hab ja auch nichts anderes zu tun als ähm Centus Kommentare zu schreiben ne du doch nicht äh äh schreibt du schon Centus Kommentare ein paar wenn die Langeweile haben wenn die Langeweile haben ok ich mach mit erst mal ähm verklemmert da rein dann wollen noch Kisten blablabla 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 hm oh diese Steine hier ist ja schlimm so schlimm troppelt mal nicht alles mhm es braucht mal erst so 300 Jahre um überhaupt zu realisieren dass ich abgebaut habe ja mal läuft das besser mal läuft das schlechter hier keine Ahnung doch bei den bei Dingen die man schnell abbaut geht das auch irgendwie schneller kann das daran liegen dass so viele Leute im Server sind kann auch sein ja bei 8 GB ich glaub ja I'm the Pizzaman der hat mir so ein Rottstein in die Hand gedrückt Opal guck ich's tun na hier klänk ich ihm da na du Meni na wer hat mir denn den Opal Cobblest an ihren gepackt ne Ahnung ne Ahnung keine Ahnung ne Ahnung ne Ahnung ne Ahnung ne Ahnung ne Ahnung so wie du das gelegt hast ne ich weiß es nicht ich hab das nicht gelegt choose color ich will grün don house so und hinten bei Last Death Kabel da rein das ich könnte eigentlich schon mal paar paar Dinger fertig machen paar paar UTs Terminator ach ja ich liebe Donkey Kong Musik ja ich hab schon mal gesagt da unten er hatte bei seinen Kisten so mega viel Cobblestown in den Schall Flash ne was hattest du unten bei dir nicht so mega viele Kisten mit Cobblestown ne hier oben höchstens ein bisschen aber was brauchst du denn? Cobblest du noch clean? Cobblestown ja hier oben ist es ein bisschen soo oben in der unteren Kiste links Wind macht man den Plutonium mach so einfach so schön wir haben kein grafting 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 boah 8 soo let's start 200 Fackabstände 6 bist du irgendwie am abbauen mach grad gar nichts Centus macht ne Turtle ja ja wir brauchen mal ein größeres Lager unten deswegen ach so ja äh äh wo ist Toni denn? ich hab jetzt erstmal 8x8 und eine Länge von 200 gemacht passt schon wo ist Toni hin? du kennst mich doch mal übertreiben das ist auch normal ok Toni ist nicht da Toni ist an sich ein Pappen Dominik der ist natürlich auch ein Pappen der ist natürlich auch ein Pappen ja Black hat schon gesagt dass das weg geht oder weg ist wahrscheinlich der ist wahrscheinlich am Fressen bist du am Essen? bist du am Essen? überhaupt doch nicht nope Pappen? ich bin so behindert ich bin so behindert ich hab meine Pizza grad geschnitten soo was hä wo musst du deine Pizza denn schneiden lassen? hm keine Ahnung warum machst du dich denn laut? muten weil ich ganz nicht mutet war achso muss doch über was sein noch ja ich find's gerade sooo dauert noch ein bisschen zu abzubauen dick fuck ja dick kam ist so ein fucking rein tun dann kann man nämlich schon mal diese Ärzte automatisch machen ich war's da da oh jetzt weiß ich gar nicht wie lange wir schon aufnehmen 21 Minuten naja war schon irgendwie ja das Chaos anfangen ist sowieso ein Hammer ja 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 20 Minuten kann man sagen weil ich schon gestartet hatte aber ihr alle die Fresse nicht halten konntet ne warum auch ne ich hab keine Fresse ich hab einen Mund ja ja zumindest die anderen ein Mundwerk hat er beleidigen bitte nicht genau bei mir ist das ein Blaswerk meinst du bin nicht so gut wie du? mir leid kannst du ja mal Flech fragen ne ne bin ich ja nicht ja vielleicht hat er ja Verständnis für dich und mit dir nein voll behindert du willst warte du blitzig grad gegen mich auf Black dafür sind wir Freunde nein das war nicht so gemeint ich dachte wir sind Freunde ähm nein 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 was hast du jetzt eigentlich Dede ich baue mein Haus aha oder oder tja das willst du dir aber gerne äh ich baue meine geheimen Basis und da werde ich mich alle zerfickeln ja wirklich machst du bitte den Jungs dann kannst du bitte den Jungs dann machen kannst du bitte den Jungs dann machen ich mach den Jungs dann ich mach den Jungs dann okay ich bin den Jungs dann top cool was tu den Jungs dann haha wir alle übertreiben wir was wollt was willst du hier Lenny das kann ich weiß wenn du so weit weg bist du Affe Lenny was willst du hier hau ab seit letztes mal war ich irgendwie bis Feely also ne frag mal Black oder und komm Raum Lenny ich hab Speed 4 du kommst mir nicht weg was ist das alles das ist unser Magic Raum ist voll geil oder ja ist richtig geil ich finde das auch richtig geil wenn Black aufhören würde mich zu schwer Lenny warte 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 ähm nein ich will dich nicht töten ich will dir was zeigen nein nein bitte nicht Black nein 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 hier hast du Night Vision drauf und gleich ist er tot tot nein doch nicht Black Black nein 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 überhaupt nicht Black wo war das achso ich weiß jetzt wo es wieder ist er lohnt mich naja ich hab's gefunden ja ich weiß auch wo er ist ich hoffe geht's richtig ab Alter zum Blödsinn macht er nicht ich weiß so jetzt hat er vernünftigen Hammer Lenny was brauchst du denn weil du geierst hier so rum ja ne aber du übrigens tun wir halt eh rein ich guck mir hier nur dieses Spannenschwer wo er sich gemutet hat ja das weiß ich schon als geht diese scheiß verdammt oh nicht scheiß was machst du hier ein ich Flash geh mal ich ich fahr mal ein bisschen Kabel was hallo übertreiben what hau doch ab ja guck doch nur rein mehr mach ich nicht tschüss ich brauch kein Stein oder Glas du bist so behindert echt ey Flash ich geh mal ein bisschen Kabel zu fahren aber ich zeig das hier trotzdem mal weil beim letzten mal hab ich das hier noch gar nicht gesehen guck mal hier rein guck mal hier rein guck wie lange er bei der letzten Bauern hat ja genau hab ich gesehen weil hab ich gestern gesehen gehabt oh ich hab Diamanten gefunden naja aber sieht schon nicht schlecht aus ja wird noch alles viel viel geiler was willst du Lenny jetzt Maul was hast du gesagt ich wird noch alles viel viel geiler ja ja es wird noch viel viel geiler dauert immer seine Zeit vor allem sieht man genug noch wo man was bauen kann hier unten äh wow Handy war nicht meins ne meins auch nicht oder? ne meins auch nicht meins ist lautlos schade ich weiß ich hab dran gedacht ich hab auch dran gedacht hör mal mein Handy ist lautlos ja ne sonst meins macht keine Funkgeräusche nein meins strahlt keine Funkwellen aus meins ist auch lautlos bei mir hatte ich noch nie so ne Probleme komischerweise komischerweise ich hatte das mal ich hab mit nem Kumpel geskypelt und man hat das aber immer so ganz laut dieses Geräusch gemacht aber ich hab immer skapelt wenn man anrufen geht es mal hin schlecht ist aber manchmal normal so was willst du Lenny? ey du nervildwege wollte ich wissen wo ich was rein tun musste damit das fertige hinten rauskommt hier rein? ach direkt rein da rein tun hä wer ist denn da hinten? aber ach was machst du hier Black? ach ich mach das denn dazu ich fahren grad ein bisschen Kabel ach warum Kabelstorn? für was? weil wir Kabelstorn brauchen für die ganzen Wege nein man weißt du ich hab doch noch so viel Clowns äh Klingstorn das ich brauch nur Pulver reinstecken aber so macht das viel mehr Spaß ich hab mich damals den Arsch gebissen in der Kacke hier hast du den Minium Kack rausgenommen? die Mimishita? ne das wird schon was ähm weiß ich das? weiß ich nicht weiß ich nicht guck mal ich hab mir gar nicht vorgenommen irgendwas zu machen diesmal what? katsche alter wie viele Stacks was? Black spielt doch mit oder? ja Black spielt doch mit oder? ja 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 kurz ich bin 10 Minuten AFK gegangen und ich lebe noch ja ausnahmsweise ja aber jetzt 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 denkt sich Black so hm das muss ich nachholen hm das muss ich in einem Moment naja ich küsse lieber Lenny aha gg macht mehr Spaß ihr kriegt wieder die costume bugs dass die Kisten nur halb angezeigt werden jendos kannst du irgendwann mal pvp ausmachen das nervt nein Francisco doois unsäßt es wäre voll verschwenden wenn er drin ist könntest duirn irgendwie so was einstellendes ja Vielen Dank.